Leo, der Lastwagen. Das ist ein Koffer. Der Roboter ist am Koffer packen. Er und seine Freunde wollen verreisen. Prima, es hat alles reingepasst. Und hier kommt der Zug, mit dem die Roboter verreisen wollen. Beeilt euch, der Zug fährt bald ab. Oh je, der Zug fährt los. Ihr habt ihn verpasst. Die Roboter sind traurig. Was können wir für sie tun? Hallo Leo, kannst du den Robotern helfen? Sie haben den Zug verpasst und wollen doch so gern auf Reisen gehen. Weißt du, was zu tun ist? Super! Was hat Leo denn in seinem Ladekasten? Ein blauer Rahmen. Räder. Kotflügel. Zwei Sofas und einen Tisch. Wow! Und jetzt kommen Wände. Die Fenster. Und das Dach. Das ist ein Wohnwagen. Als nächstes kommt die Türe und ein Zeltdach. Fertig. Fertig. Leo, der Wohnwagen kann aber nicht alleine fahren. Wir brauchen ein Fahrzeug, das ihn ziehen kann. Sollen wir eins aussuchen? Und die Roboter machen es sich so lange im Wohnwagen gemütlich. Ups, vorsichtig, kleiner Roboter. Leo ist zu den Garagen gekommen. Ich frage mich, was für Fahrzeuge es hier gibt. Mal sehen. Eine Kehrmaschine. Einen Zementmischer. Ein Feuerwehrauto. Ein Pick-up. Und ein Müllwagen. Leo, welches Fahrzeug kann den Wohnwagen ziehen? Der Pick-up. Wir werden sehen. Passt es? Passt es? Prima. Danke schön, Leo. Tschüss. Tschüss. Die Roboter fahren in Urlaub. Bis bald.